Ich erinnere mich an Geschichten über die Hexer. Ist es wahr, was man sagt? Elfen sind die ursprünglichen Zauberer des Kontinents. Als Menschen und Monster eintrafen, lehrten Elfen, den Menschen Chaos in Magie zu verwandeln. Und dann... ...haben die Menschen sie abgeschlachtet. Chaos ist die gefährlichste Sache auf dieser Welt. Aber ohne Kontrolle wird euch das Chaos töten. Das ist alles, was euch wichtig ist? Monster und Beute? Das ist alles, was ich brauche. Etwas da draußen wartet auf euch. Dieses Kind wird außergewöhnlich sein. Jennifer, ihr müsst euch die mächtigste Frau der Welt vorstellen. Habt ihr das Zeug dazu? Nilfgaard ist hier. Sie sind wegen ihr gekommen. Ihr könnt dem Schicksal nicht entkommen, nur weil ihr euch davor fürchtet. Es kommt. Findet Geralt von Riva. Ich schaffe das einfach nicht ohne euch. Wie auch immer ihr euch entscheidet. Es wird Blut fließen. Nella! Seit über 30 Jahren in der Navy. Medaillen für Kampfeinsätze. Ehrenabzeichen. Der Einzige, der in den letzten 40 Jahren drei feindliche Maschinen abgeschossen hat. Trotzdem werden sie nicht befördert. Sie wollen nicht in den Ruhestand. Und obwohl sie alles versuchen, sterben sie einfach nicht. Sie sollten mittlerweile längst zwei Sterne-Admiral sein. Und doch stehen sie hier. Captain. Wieso? Eines der großen Rätsel des Lebens, Sir. GOREEN Das Ende kommt unausweichlich mehr weg. Ihre Art wird aussterben. Mag sein, Sir. Aber nicht heute. Henry, ist dir sowas schon mal passiert? Was meinst du? Dass die eigene Regierung versucht, dich zu töten. Nein, das ist nein. Sie haben alles gefährdet, wofür wir hier gearbeitet haben. Sie haben niemanden, der Henry Brogan ausschalten kann. Germainei wird das jetzt erledigen. Wer bist du? Ich will dich nicht erschießen. Schön, aber ich erschieße dich. Ich kenne den perfekten Agenten. Er kannte einfach jeden Schritt von mir, bevor ich ihn machte. Wer ist er? Ich weiß jetzt, wieso er so gut ist wie du. Er ist du. Germainei spielt mit der DNA Gott. Wie ist sowas überhaupt möglich? Wenn sie in der Lage sind, deinen Menschen zu klonen. Wieso klonen sie nicht Nelson Mandela? Nelson Mandela hätte keinen Mann in einem fahrenden Zug aus so einer Entfernung töten können. Es gibt so viele, die mich eben jagen können. Warum schickt er ausgerechnet dich? Ich bin eben der Beste. Nein, bist du nicht ganz offensichtlich. Siehst du denn nicht, wie schlecht es mir geht? Keiner zweifelt. Er muss sterben. Sieh uns an! Er hat dich angelogen. Die ganze Zeit. Lass mich durcheinander bringen. Hey! Ich will dich retten, du Idiot! Wenn jemand tatsächlich wissen würde, was wir wirklich sind. Wir versuchen nur, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Was weißt du noch von dem Vorfall? Das gefällt mir sehr. Sieh dir diesen Plan an. Wo warst du, als es passiert ist? Weg hier! Lass raus! Ich erinnere mich nicht. Hast du jemanden gesehen, als du zu dir gekommen bist? Ja. Was haben diese Leute gemacht? Sie waren tot. Wir sind uns schrecklich ähnlich, Theo, was wir bei dir durchgestanden haben. Je eher die Alltagsroutine zurückkehrt, desto besser. Hubert und Blackwell. Als hätte er mich exakt dorthin geschickt, wo ich hingehörte. Und zu wem ich gehörte. Ist deine Mutter auch tot? Ja. Ich weiß, dass sie dort war. Und ich weiß, was noch in diesem Raum war. Der Distelfink. Davor und danach. Alles ist davor und danach. Und dazwischen ist das Gemälde. Dieser Glanz. Das ist Leben. Fühlst du das? Ja. Wunder um Wunder überlebt es. Es gibt etwas Wichtiges, das ich dir sagen muss. Bis zu dir. Ist es verloren? Selbst die winzigsten Dinge bedeuten etwas. Wer hat das Gemälde? Ich dachte, alles wäre für alle Zeiten kaputt gegangen. Vielleicht kann manchmal Gutes aus Bösem entstehen. Es ist meine Schuld, dass sie tot ist. Ich hätte es zurückgegeben. Ich schwöre es. Wir wissen beide, was sie getan haben, Herr Amadi. Wir wissen aber auch, dass ich eigentlich ihren Bruder will. Wer ist dran schuld? Was mein Mann macht oder mein Bruder hat nichts mit mir zu tun. Und auf dein winiges gekauftes Alibis zu schluss. Mein Bruder verrät mich an die Bullen, ne? Mein Bruder. Wo le ich knall mich da? Wo deine Augen? Die Augen tut mir weh. Bitte was? Wo le ich wuchte es? Wo le ich konnte es in deinen Augen sehen? Amara. Ich verstoße dich, ich verstoße dich, ich verstoße dich. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte auf dich hören sollen. Amara hat den Polizisten Robert Juhn damals nicht erschossen. Selbst hörst du auf, Toni? Ist das schon, du kleiner Hund? Ich hab dich nicht verraten. Was ist die Tung? Jalila! Ich bin bereit für das letzte Kapitel. 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 Untertitelung. BR 2018